Im November 1999 muss Koji Takahashi, der Anführer der religiösen Gruppierung Lifespace, vor Gericht erscheinen, da einige ehemalige Mitglieder der Gruppe Vorwürfe gegen ihn erheben. Laut ihren Angaben werden zum Beispiel die Kinder in der Religionsgemeinschaft nur unangemessen betreut. Und das ist noch nicht alles. Sie legen ein Foto eines Mitgliedes der Gruppe vor, das in einem Bett liegt, aber offensichtlich tot ist. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der 61-jährige Koji Takahashi, der Anführer der Gruppe, behauptet, die Person auf dem Foto sei am Leben und würde gerade einem Ritual unterzogen. Er teilt den Behörden mit, dass sich der Mann im Marot Hotel in Narita bei Tokio befinden würde. Die Polizei macht sich direkt auf den Weg dorthin. Im Hotelzimmer sind zwei Mitglieder der Lifespace-Gruppe, sowie der 66-jährige Shinichi Kobayashi, der, wie nach dem Foto vermutet wurde, tot und bereits teilweise mumifiziert ist. Doch wie Takahashi bereits vor Gericht, behaupten auch die hier anwesenden Gruppenmitglieder, der Mann sei noch am Leben, und bitten die Polizei um Ruhe, damit das Ritual nicht gestört wird. Der Raum ist abgedunkelt, nur Kerzen brennen und es riecht nach Verwesung. Kenji, der 31-jährige Sohn von Kobayashi, der seinen Vater vier Monate zuvor gemeinsam mit weiteren Personen ins Hotel gebracht hat, schildert folgenden Sachverhalt. Im Juli sei sein Vater mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus gekommen. Kenji macht sich natürlich große Sorgen um seinen Gesundheitszustand und bespricht sich sofort mit Koji Takahashi. Sowohl Kenji als auch seine Eltern sind Mitglieder der Lifespace-Gruppe und vertrauen Takahashi komplett. Der Guru ist unter seinen Anhängern dafür bekannt, Krankheiten durch Handauflegen zu heilen. Die Praktik wird Shaktipat genannt, kommt aus dem Hinduismus und wird von vielen spirituellen Experten geschätzt. Sie soll die Rettung des Empfängers nach dem Tod garantieren und es wird behauptet, dass die spirituelle Kraft des Gurus in die Gläubigen injiziert und schlechtes Karma absorbiert würde. Auch die berüchtigte Omshin-Rikyo-Sekte hat sich dieses Verfahrens in ihren Anfangszeiten bedient. Takahashi schlägt nun vor, Kenjis Vater sofort aus dem Krankenhaus zu holen und bei ihm das Shaktipat durchzuführen. Der behandelnde Arzt rät ausdrücklich davon ab, dass der Mann das Krankenhaus verlässt, doch sein Sohn und auch seine 61-jährige Frau Akiko bestehen darauf, ihn mitzunehmen. Nach acht-tägiger Behandlung wird Kobayashi im Rollstuhl aus dem Krankenhaus gebracht. Er selbst ist aufgrund seines Gesundheitsstatus nicht in der Lage zu sagen, ob er wirklich das Krankenhaus verlassen möchte. Es ist unklar, ob er überhaupt verstanden hat, was geschieht. Da er in der Präfektur Yogo lebt, wo er auch im Krankenhaus ist, lassen Kenji und Akiko ihn in dem Zustand auch noch nach Narita fliegen, wo die Hauptzentrale von Lifespace ist. Dort bringen sie ihn ins Marot Hotel, direkt am Flughafen, wo Takahashi sich dann sofort daran macht, das Shaktipat-Ritual zu praktizieren. Anschließend lassen sie den Mann im Hotelzimmer und schauen jeden Tag nach ihm, um zu gewährleisten, dass das Ritual weitergeführt wird. Entgegen vieler Berichte, dass das Hotel selbst die merkwürdigen Vorgänge bei der Polizei gemeldet hat, haben sie bis zum Eintreffen der Polizei in Wirklichkeit nichts davon mitbekommen. Kenji hat den Zimmerservice abbestellt und die komplette Aufenthaltsdauer im Hotel ist voll bezahlt, also gab es keinen Grund für die Hotelmitarbeiter, irgendeinen Verdacht zu schöpfen. Die Polizei wird auf den Fall also tatsächlich durch das Foto bei der Anhörung der ehemaligen Mitglieder aufmerksam. Die ganze Situation ist völlig absurd und die Polizei lässt den Leichnam sofort zur Gerichtsmedizin bringen. Offenbar wird bei dem Toten eine Körpertemperatur von 15 Grad gemessen und Takahashi sagt, er könne ja erst tot sein, wenn seine Körpertemperatur bei 0 Grad liegen würde. Somit ist Kobayashi seiner Ansicht nach erst in dem Moment gestorben, als er in der Gerichtsmedizin seziert wurde. Die Gerichtsmediziner hingegen stellen fest, dass Kobayashi bereits seit vier Monaten tot ist, also muss er direkt in den ersten Tagen im Hotel, einem Bericht zufolge bereits nach der ersten Nacht dort, verstorben sein. Takahashi zeigt sich davon unbeeindruckt und vertritt weiter die Meinung, keinen Straftatbestand zu erfüllen, da er ja die ganze Zeit lang einen lebenden Mann behandelt hätte. Dies alles erklärt er bei einer spektakulären Pressekonferenz, die für viel Aufsehen sorgt. Einige Reporter sollen trotz der ernsten Angelegenheit aufgrund von Takahashis Aussagen Tränen gelacht haben. Danach wird der Fall natürlich ganz groß in den Medien. Koji Takahashi, eigentlich Steuerberater, gründet 1981 im Alter von 43 das BAL-Seminar zur Selbstentwicklung. Zwei Jahre später gründet er dann das Unternehmen Lifespace und übernimmt die Position des stellvertretenden Direktors. Da er Lifespace als Unternehmen gründet, gilt es offiziell nicht als religiöse Gruppe oder Sekte, doch ihre Methoden entsprechen dem, was man gemeinhin darunter versteht. Takahashi, der nach einem Unfall mit einem Luftgewehr, der zu seiner Studienzeit geschehen ist, auf einem Auge blind ist, sagt über sich selbst, seine Tätigkeit als Steuerberater wäre ein früheres Leben gewesen. Weitere Auskünfte über seine Vergangenheit gibt er nicht. Er stellt eine Meditationsmethode vor und schreibt mehrere Selbstentwicklungsbücher und im Jahr 1987 besuchen um die 10.000 Menschen seine Seminare, die pro Teilnehmer rund 4.000 Euro kosten. Um neue Erfahrungen zu machen, müssen die Teilnehmer Rollenspiele spielen, in denen sie zum Beispiel blinde Menschen oder Bettler darstellen müssen. Aus den 10.000 Personen, die seine Seminare besuchen, entwickelt sich eine Gruppe von etwa 200 Hardcore-Anhängern, die Takahashis Konzepte weiter unterstützen. Im Jahr 1995 kommt es zu einem Zwischenfall, als ein 22-jähriger Student auf einem Seminar an einem Hitzschlag stirbt, während er, wie alle Teilnehmer, stundenlang in heißem Wasser sitzen muss. Das Lifespace-Unternehmen muss nach dem Vorfall 28 Millionen Yen Schadensersatz bezahlen, rund 200.000 Euro. Danach tritt Takahashi als Vorsitzender der Gruppe zurück. Doch ab dem folgenden Jahr beginnt er, sich mit Sai Baba, einem spirituellen Führer aus Indien, zu vergleichen. Sai Baba allerdings genießt in Indien ein hohes Ansehen, da er unter anderem mit seiner Gruppe unzählige soziale Projekte unterstützt hat. Takahashi behauptet, dass er, Sai Baba, bereits seit 6000 Jahren durch zahlreiche Reinkarnationen folgen würde. Neun Tage nach der Entdeckung der Leiche im Hotel werden Takahashi, Kenji Kobayashi und seine Mutter Akiko sowie neun weitere Personen von Lifespace, darunter die 38-jährige Frau von Takahashi, festgenommen. Bei der Durchsuchung des Geländes findet die Polizei Aufzeichnungen einiger Mitglieder, die genau den Prozess der Ritualsdurchführung im Hotel dokumentiert haben. Auch Kenji äußert sich darin zu Wort. Er schreibt nur sechs Tage, nachdem er seinen Vater vom Krankenhaus ins Hotel gebracht hat, dass der Zustand des Mannes sich drastisch verändert hätte und er aussehen würde, als würde er verwesen. Dies ist wohl auch der Fall, aber Kenji scheint tatsächlich den Aussagen von Takahashi zu glauben, dass sein Vater noch am Leben sei. Weiterhin wird bei der Durchsuchung festgestellt, dass in mehreren Apartments der Gruppe insgesamt neun Kinder von Mitgliedern im Alter zwischen 9 und 16 Jahren alleine ohne direkte Aufsicht von Erwachsenen leben. Sie werden erstmal in Kinderheimen untergebracht. Der Grund, warum die Kinder überwiegend sich selbst überlassen waren, ist laut den Mitgliedern eine Trainingsmethode zur Entwicklung der Selbstständigkeit und um die persönlichen Ansichten und Vorlieben der Eltern aus der Erziehung ihrer Kinder herauszuhalten. Der Besuch der Schule wird den Kindern, die sich ja selbst entwickeln und eigene Entscheidungen treffen sollen, dennoch verboten. Einige von ihnen sollen bis zu drei Jahre lang von ihrer schulischen Ausbildung ferngehalten worden sein. Sie haben jeden Tag einen Geldbetrag für Lebensmittel erhalten, waren aber ansonsten ohne Aufsicht und Bezugspersonen. Zwischendurch werden sie allerdings abwechselnd dazu beauftragt, sich um Kobayashis Pflege im Hotel zu kümmern. Sie sind genau wie die anderen Mitglieder in dem Glauben, einen kranken Mann zu pflegen, kümmern sich aber in Wirklichkeit um eine mumifizierte Leiche. Zusätzlich kommt heraus, dass ein 43-jähriges Mitglied der Gruppe bereits im Jahr zuvor gestorben ist, nachdem er sich auf Takahashis Anraten hin geweigert hat, sich wegen einer Erkrankung einer medizinischen Behandlung zu unterziehen. Während der ganzen polizeilichen Ermittlungen und den zahlreichen Presseberichten zu dem Fall hat die Zahl von Takahashis Anhängern drastisch abgenommen. Natürlich hat er immer noch eine Menge Anhänger, die felsenfest von dem, was er sagt, überzeugt sind. Allerdings gibt es nur noch eine ganze Menge ehemalige Mitglieder, die den Praktiken der Gruppe, insbesondere der Nichtbetreuung der Kinder, kritisch gegenüberstehen. Am Ende werden nur Kenji Kobayashi und Koji Takahashi angeklagt. Die anderen neun Mitglieder kommen nach ihrer kurzzeitigen Festnahme wieder frei. Kenji bekommt zwei Jahre Gefängnis mit anschließender Bewährung und Takahashi wird zu 15 Jahren wegen Mordes verurteilt. Er geht in Berufung. Wie auch schon im ersten Prozess erläutert er, dass er es keinesfalls angeordnet oder Kenji dazu überredet hätte, seinen Vater aus dem Krankenhaus zu holen. Kenji sei vielmehr zu ihm gekommen und hätte ihn um Hilfe gebeten. Daraufhin hätte er angeboten, das Ritual bei seinem Vater durchzuführen, sofern er ihn zu ihm bringen könne. So wird seine Strafe im Berufungsverfahren auf sieben Jahre gemildert, da der Tatbestand nun als Unterlassung und nicht mehr als Mord eingeschätzt wird. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ist Takahashi nicht mehr öffentlich aufgetreten. Allerdings haben er und seine Gruppe mehrfach Wiederaufnahmen des Verfahrens beantragt, um seine völlige Unschuld am Tod des Mannes zu beweisen. Bisher ist aber noch keine Wiederaufnahme bewilligt worden. Was haltet ihr von diesem Fall? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Abo und ein Like dazulassen. Und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.